Kennst du Fritz Walter? Klar. Einer der besten Stürmer, den Waldhof Mannheim je hatte. Joghurt? Von Ermann? Ja. Boah, zum Kotzen, weg damit. Aufsteigen und gleich deutscher Meister werden wollen. Unmöglich, da kannst du ja direkt behaupten, dass du als Absteiger Pokalsieger wirst oder so ein Scheiß. Ja, also so rein wirtschaftlich wäre ein Abstieg in die dritte Liga ja völlig egal. Ja, das würde der Region nichts ausmachen. Erinnerst du dich noch an Hans-Peter Briegel? Na klar, der Hals von der Pfalz. Ne, das Salz von der Pfalz war das. Ne, ich glaube der Schmalz des Balls. Ne, ganz anders, Bier und Malz. Sonst Knallz. Genau so war es. Hier weißt du noch Rehagel, der hat das Unmögliche geschafft. Ja, mit Griechenland die Europameisterschaft gewinnen. Nenn mir nur einen FCK-Spieler, der durchgestartet ist. Nur einen. Inzwischen ist beim FCK alles so unbeständig. Ja, aber beim Präsidentenamt, da herrscht hohe Kontinuität. Letzter Trainer aller Zeiten, das ist doch klar. Taifung Korkut. Zum Beispiel spinnst du. Wieso hast du eine bessere Idee? Krasimir Balakow. Achso, das stimmt, ja. Hier, komm, Betze. Gehen wir nun nach. Uli, uli, ula, 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 die ganzen Läge sind ganz wunderbar. Hey, hey, wo geht das alle? Na, leרים. ано? Genau. Tschüss. мер